Hallo und herzlich willkommen beim Winserhof Linder in Ending. Es ist wieder soweit. Der letzte Grauburgunder des Jahres findet seinen Weg auf die Presse. Die Trauben haben mittlerweile vier Monate auf der Maische vergoren und sind schön weich geworden. Ihr komplettes Aroma, ihre Farbe und ihre Gerbstoffe sind in den Saft übergegangen. Fermentiert wurden sie in einem geschlossenen Edelstahlbehälter, sodass sie nicht oxidiert sind. Der Saft läuft wunderbar dunkelrot voller Presse. Dieser dunkle Saft gibt unseren kräftigen Grauburgundern die richtige Farbe und Tanninigkeit. Findet sich im Grauburgunder SE, im Grauner Tür 65 und im neuen Grauner Tür 33. Und wir wünschen euch viel Freude mit diesen kräftigen Weinen.